Das hast du gerade schon gemacht, weil das Video schon gelaufen ist, Lars. Okay. Hi Leute, was geht? Das ist hier der zweite Teil von dem VARO-Projekt. Das ist VARO 2 heißt, wie man es auch hier schön sieht. Und ja, Lars, wollen wir draufjoinen? Ja, eins, zwei, drei, drauf. Drauf. Verbindet sich im Server. Okay, wie gesagt, in der letzten Folge haben wir ja schon Dias gefunden. Als erstes Team. Und das war auf jeden Fall sehr cool. Schau mal, hi, begrüßen alle die Leute. Okay, und da können wir uns bewegen. Okay, Lars, ich werde jetzt hier versuchen, irgendwie eine Höhle zu finden. Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass wir hier keine Höhle finden. Ich baue mich mal hier gerade rein. Warte, ich baue mal hier. Ja, was für X? Okay, ich bin über dir. Warte, wir müssen ja X reinschreiben, dass die auch nehmen. X2, ja, okay, sie haben das reingeschrieben. Achso. Okay, du meinst. Ich habe Gold gefunden. Ja. Nice. Das kann ich aber auch nicht abbauen. Ihr solltet eine Eisenspitzhacke machen oder Eisenschwert, bitte? Eine Eisenspitzhacke, bitte. Okay. Ähm, ja, ich baue mich schon mal weiter. Ich bin hier wieder hochgegangen. Warte, hier. Nice. Ich habe vier Dears schon. Nice. Aber ich werde weiter natürlich mit der Steinspitzhacke abbauen, damit die nicht kaputt geht. Ein bisschen geht man weg, halt nicht, dass wir geschneit werden, halt, wegen der Folge, ne? Ja, das stimmt natürlich, ja. Oh, wie viele Leute jetzt wieder drauf sind. Unsere Öfen sind noch da oben, das ist auch nicht so optimal. Wie viele Leute sind das? Ne, ich habe alle abgebaut schon. Achso, hast du das ganze Essen und so alles? Ja, alles, ja. Wie viel brauchst du? Ne, ne, ich habe schon, aber ich wollte halt wissen, falls ich irgendwann wieder Essen brauche, wo das ist. Das wäre jetzt cool, wenn man so Autosmeld hätte oder so. Also, dass man das instant kriegt. Ja, Mann. Kann man Autosmeld eigentlich auch mit Glück verbinden? Also, dass du das dann, die Erze gleich hast oder noch mehr Erze kriegst, das wäre ultra-OP. Keine Ahnung. Also, OP verzaubern ist ja hier für das Projekt eh nicht erlaubt. Aber doch, theoretisch mit Büchern schon, ne? Also, man darf ja ein Buch verzaubern am Zaubertisch. Ja. Und dann darf man es am Ambers kombinieren. Boah, Alter, ich habe langsam keine Lust mehr. Was gibt es denn nicht, dass es hier keine Höhle gibt? Soll ich mich vielleicht noch zu seiflich fahren? Hör Lava, hör Lava, hör Lava, hör Lava. Okay. Äh, Christi, kannst du mir kurz helfen mit der Lava? Weil ich verstehe das jetzt nicht. Ja klar, wir brauchen... Ach, das haben wir vergessen. Wir hätten einen Wassereimer oben holen müssen, unbedingt. Aber damals hatten wir auch noch kein Eisen. Stimmt, wir hatten noch kein Eisen. Okay, ich komme zu dir. Jetzt legt es nicht mehr, ne? Man legt nicht mehr. Ja, das geht. Wo bist du? Wo hast du dich hingebracht? Hier. Und hier habe ich sie dann gehört, zicka. Redstone wieder. Redstone, nice. Redstone ist immer ein Zeichen dafür, dass da auch Lava in der Nähe ist. Weil wo es Redstone gibt, da gibt es auch oft Lava. Und bei dir ist es genauso. Ich war glaube ich in die Richtung irgendwie. Warte, sei doch ruhig. Ich habe vorhin auch Lava gehört. Warte, warte. Wir sind hier eigentlich... Ne, hier sind wir perfekt. Wir sind auf Höhe 11. Ist eigentlich richtig gut. Ja, keine Ahnung. Aber das kann nicht sein. Wir müssen eigentlich... Das ist halt so traurig gerade, weil wir noch kein Eisen gefunden haben. Doch, wir haben ja schon beide Eisenspielzucker, aber wir haben ja auch nicht. Ja, okay. Also es hat gerade mal für... Nimm es noch jemand auf gleich? Nimm es noch jemand auf gleich, weil... Ne. Aber die Leute sind ja on. Die nehmen doch dann auch logischerweise auf, oder? Ja, ne, andere halt noch. Ach so. Nico oder so. Ja, die jetzt noch planen, on zu kommen. Lars, ich gehe mal wieder... Lappes, 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 Lappes. Nice, Fun für Level und Verzauberung. Ich baue mich mal hier oben noch ein bisschen weiter, weil ich will unbedingt jetzt Eisen finden. Wir brauchen jetzt wirklich Rüstungsteile. Ja. Ich habe Kohle gefunden und Gravel. Das ist wirklich unser Nachteil. Wir haben nicht so eine Höhle, wo wir irgendwie rumlaufen können und alles abfangen können. Wir brauchen nur einen Gang. Einen Gang, der führt sicher in eine Höhle. Und dann können wir richtig die Erze abgreifen. Okay, hier sind ordentlich Prole. Du hast ja Kies, ne? Du hast ja Kies, oder? Ja, ich habe Kies. Fast ins Deck. Ich glaube... Also kommen wir jetzt gerade aus und dann nachher baue ich dann halt auf die Seite in die Gänge. Ja. Okay, jetzt nochmal Gravel. Gravel ist auch gefährlich, vor allem wenn du keine Rüstung hast und die kommt runter. Ich habe wieder Gold gefunden. Nice. Ich habe wieder Redstone. Warte mal, sag mal kurz leise. Ich habe gedacht, ich höre Gold, aber... Äh, ich höre Gold. Gold? Ich höre Lava. Gold? Keine Ahnung. Ich meinte Lava, aber... Ich höre ein Skelett. Das habe ich gehört. Ja, ich habe irgendwas gehört, aber es war ein Skelett. Oder war es vielleicht doch Gold? Ich höre auch Wasser. Ich höre Wasser, Skelett und vielleicht auch das eine oder andere Gold. Ich habe Eisen. Einer nimmt auch... Nice. Nice, ich habe Eisen. Endlich, Alter, komm. Da hat uns doch mal jemand gejoint. Hä, keine Ahnung. Weißt du, das ist, glaube ich, zwei Teams und einer Diamanten. GG. Mein Eis ist perfekt, das ist am Arsch. Kacke. Didi, Hashtag. Ich habe Dias, nochmal! Holy shit, Alter. Auf welche Höhe bin ich denn? Ich bin auf Höhe 14. Bin ich schon wieder so weit unten? Okay. Bisschen, kommen wir zu Dias. So ein Skywars an jeder Ecke hängt... Ah, da bist du. Wir sind nicht weit weg. Ja, komm mal. Ein Skywars hängt an jeder Ecke, überall hängt ein Dias dran. Und hier freust du dich so über Dias, was hier... Hier merkt man wirklich, was Dias wert sind. Ja, Mann. Wo bist du... Hä, wo bist du lang? Hier, oder? Durch so einen Gang. Hä, wo bist du denn lang? Ich finde das nicht. Ich bin wieder hochgegangen. Ich habe keine Blöcke gerade. Warte, komm mal. Okay, so. Wie viele Dias waren es? Wie viele Dias waren es leider? Einer nur, leider. Nur einer. Ja, da passt. Wir haben einen Schandler. Wir haben einen Schandler, Christian. Okay, nice. Dann mache ich jetzt hier meinen Ofen. Ich mache das Eisenerz. Baut drum rum mal, Christian. Baut drum rum. Ja, ich mache es gleich. Ich mache jetzt erst mal einen Ofen. Ihr könnt mir bitte Eisenbrücke gleich machen, wieder. Ja, kann ich machen. Ich muss gerade selber Eisen schmelzen und will einen Eimer machen, dass wir einen Wassereimer haben. Weil nur so können wir safe fahren. Okay. Was mache ich hier eigentlich? So. Nach acht Minuten, ne? Ja. Ja, ich bin gerade ineffektiv und langsam, shit. Also bist du immer ineffektiv, halt doch in dem her. Ja, danke. Jetzt weiß ich es auch. Okay. Hier die Kohle, dann machen wir die 16 Gold raus. Ich bin gerade zu dir. Christian, helf mir. Du bist in der Höhle. Ja, da bist du. Nice. Ja, ich bin in der Höhle. Dann kann ich hier was wegschmeißen. Ja, aber erst brauchen wir Wasser. Hier ist das. Okay, nice. Ich habe Leder und alles nice. Nice, Alter. Läuft gerade. Diamanten, alles klar. Pass da auf. Mach da lieber erst Wasser hin. Ja. Ähm, wo ist das? Den einen, okay, den einen habe ich jetzt geschickt eingebaut. Hast du Wasser gesehen? Wo hast du Wasser gehört? Ja, hier. Hast du Wasser gehört? Wo ist Wasser? Ja. Hast du, okay. Du bist ein Skelett. Ich mach zwei Eimer, ja. Ja. Hast du es? Was? Ja, mach mal Wasser. Hol mal Wasser, bitte. Ja. Okay, ich habe ein Wasser Eimer. Was schaffen wir jetzt noch ein Shanty? Ja, gib. Gib bitte schnell. Christian, gib. Gib, 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 gib. Ja, ich mach das, ich mach das. Nee, ich muss doch die, ich muss doch abbauen, Mann. Gib mir einen Eimer, bitte. Gib mir einen Eimer, bitte. Ich wollte reinfliegen in die Wasser, in die Lava. Ja, okay, hier. Ich muss halt nochmal irgendwie Wasser finden. Oder warte, nein. Ah, shit. Doch, wir brauchen zwei Wasser, um eine unendliche Wasserquelle zu finden. Hä? Ich habe 16 Eichensetzlinge, warum? Hast du mir die gegeben? Äh, ja, könnte schon so theoretisch sein. Wir haben gleich einen Shanty, Christian. Okay, wir haben einen Eimer, einen Shanty. Wir sind hier in der fucking zweiten Folge, ey. Das darf man nicht vergessen. Ich habe auch schon Larpis, alles klar. Läuft, Alter. Wir können hier schon Schwerter machen, Alter. Wir schreiben aber nicht zu schnell, dass wir einen Shanty haben. Hoffentlich wird das Achievement nicht angezeigt. Ja, doch, das wird wahrscheinlich schon still. Das ist dann irgendwie wahrscheinlich der Hexenmeister, Alter. Ja, bei mir ist das bei mir nicht, bei mir nicht, bei mir nicht. Der Hexenmeister, der das Gold hört, weißt du. Du darfst einen Shanty craften, wenn du willst. Weil bei dir wird das Achievement nicht angezeigt, bei mir nicht. Okay. Ich weiß gar nicht aus, wenn nicht wieder geht, aber peinlich ist es raus. Naja, ich werde es herausfinden. Also, ich mache es schnell, ich mache es schnell. Ich konnte einfach, ja, die Fliege sind dann einfach. Okay, dann place ihn mal, damit alle sehen, dass der legit gefarmt wurde. Und jetzt, was wollte ich machen? Ich wollte mir eine neue Spitzhacke machen. So, Christian, nimm ihn mal. Nimm ihn irgendwie mal auf. Warte. Christian, nimm ihn mal auf, den Enchanter, hier, vor dir. Warte, nimm mal auf. Und hier ist der Enchanter. Ja, äh, muss ihn schon aufnehmen. Ja. Hier sieht man, Zaubertisch. Stell mal hin, stell mal hin, stell mal hin, stell mal hin. Aber nein, verschwend es jetzt nicht. Was willst du, Enchanter? Ja, meine Evi. Ich könnte die Spitzhacke verzaubern, ja. Ja, mach mal. Hier, Lapis. Ich kriege noch gar nichts. Achso, ich brauche hier Lapis. Stimmt. Ungewohnt. Effizienz 1. Ja, mach mal Effizienz 1 drauf, oder? Ja, mach. Haltbarkeit war auch noch mit im Angebot. Okay, wir bekommen keine Achievement. Nice. Okay, gut, dann wissen es die anderen nicht. Hier ist Redstone, das brauchen wir ja wahrscheinlich gerne nicht. Warte, darf ich denn die Charter kurz haben, ne? Ja, gönn dir. Ich gebe mal kurz, warte, warte, wo? Bist du? Ja. Warte, lass mal eine Team-Chest machen, solange. Ähm, ja. Ist das dann eine Doppelkiste, oder? Ja, da musst du noch ein Schild drauf. Mach du mal ein Schild, ich mach eine Doppelkiste, du machst ein Schild. Äh, achso, ich hab schon eine Kiste hier gemacht. Ja, okay, gut. Mach noch ein Schild dann. Fünf Minuten, oh, diese Aufnahmezeit, die geht echt rum. Hier, mach das mal, ich weiß jetzt nicht genau, wie das geht. Ich muss dabei schauen, vielleicht finde ich noch irgendwas. Ich schau mal wieder weiter. Hashtag, wie heißen wir? Hashtag, warte, äh. Hashtag Dark Offensive. Warte. Bei dir Dark Offensive. Oh. Ah. Liebe. Keine Ahnung, ob das so stimmt, aber... Ich baue mich mal... Oh, scheiße, hier kommt das Grabber runter. Mach mal kurz den Schalter mal der Reihe, ne, Christian? Mach mal alles Wichtige mal kurz der Reihe. Da waren wir schon in die Richtung, haben wir schon viel gemeint. Christian, willst du das Hühnchen haben? Würdest du das Hühnchen haben? Ja, ich hab... Ja, ich hab Steak und Hühnchen. Gerade hab ich schon genug Essen. Ja, dann nehm ich die Steaks oder so und die Hühnchen, dann heißt das besser... Ja, okay, das können wir gleich noch tauschen. Ich versuche mal, mehr Erz zu finden. Schaust du mal kurz beim Eisen, wie weit das jetzt so ist? Äh, hast du Eisen geschmelt? Ja, geschmolzen. Ah, Gold hast du, Gold hast du. Ja, Gold und Eisen. Ja, stimmt, du kannst schon Goldäpfel machen. Ja, mach zwei. Doch, Eisen hab ich auch... Ach, das hab ich aufgenommen. Okay, ich hab noch zwei Eisen. Komm schnell, komm schnell, Christian, wir haben noch vier. Okay. Dann mach ich mir gleich auch noch ein Eisenschwert. Sollen wir das eigentlich schon verzaubern oder sollen wir warten, bis wir Diaschwerter haben? Ja, wir machen keine Diaschwerter, wir schaffen Eisenschwerterhof, weil Dias findest du ja nicht so viele. Wir machen lieber Diasrüstung, das ist besser. Ja, okay, das ist gut. Okay, du hast mir ein Eisenschwert gemacht. Warte, ich hab ein Goldapfel noch. Ja. Nice. Ähm, du wirst die Steaks haben, ne? Ja, nimm dir die Steaks. Ja, da kriegst du nur das Hühnchen aus der Kiste. Also du hast die Steaks. Und wie ist das? Also die Kiste, auf die haben keine Zugriff. Du hast es falsch geschrieben, du hast Drack Offensive geschrieben. Ach, ist doch scheißegal. Jetzt ist so, der eine Typ heißt so ähnlich. Ähm, was wollte ich wegschmeißen? Der ist aber schon tot. Ja, aber trotzdem, die könnten jetzt denken, der hat hier wieder irgendwie so eine zweite Identität gewonnen und hat jetzt... Ja. Sein Geist wacht über diese Kiste vielleicht. Ja, jetzt irgendwie. Äh, ja. Das Redstone war eher ein Schuss in den Ofen. Da ist nichts. Machen wir keine Eisenbrust, ne? Ja, hau rein. Ich hab dir... Ne, warte, ich hab dir noch nicht die zwei gegeben hier. Natürlich ein Schadenbrust. Ja, läuft bei uns. Richtig guter Start, ne? So eine Art zweite Chance für das Waro und wir haben sie genutzt. Ja, nice. Ich bekomme, äh... Ja, wir sind in der ersten Folge auch nicht gestorben. Ja, aber in der ersten Folge weiß ich nicht, ob das dann auch so gut gelaufen wird. Ich hätte Schuss sicher zwei bekommen, aber ich hab Ding eins genommen. Ja, okay. Naja, passt. Warte, hä, was? Schuss sicher ist ja gegen Pfeile, glaub ich, ganz gut. Ja. Okay, nice. Ja, aber ich hab Schuss sicher zwei, ja, trotzdem, aber... Jetzt baue ich mal hier um die Ecke. Ha, 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 ich habe Emeralds. Hey, wir doch auch, oder? Ich auch. XG. Das ist eigentlich okay. Diamanten, der hat auch Diamanten. Okay, jetzt geht's so langsam los mit Dias finden. Und wir haben noch 220. Fris, der macht ja auch eine Post, komm mal schnell her. Ja, na, okay, ich komm wieder. Hey, das Ding ist... Ich finde hier einfach nichts. Ich baue hier gerade durch und da ist mal Granit und mal Andesit und mal Kies und mal ein bisschen Kohle, aber sonst nichts. Wo hast du die Dias gefunden vom Rumbauen, Christian? Das war hier. Ja, okay, ich baue noch ein bisschen drum rum. Weil hier ist, würde ich sagen, nichts mehr. Ja, hier war das. Okay. Egal, dann, warte. Hier, warte, mach dir noch eine Eisenbrust schnell. Okay, das ist immerhin schon mein erstes Rüstungsteil. Nimm. Andesit kann weg. Ey, warte, mach kurz Fackel. Schilder können eigentlich auch weg, oder? Ja, Schild kommt auch weg. Ja. Warte, willst du noch einen schnellen Charm? Ja, ein Charm dir noch schnell, Christian. Mein Schwert, meinst du? Ja, alles. Halt beides. Ja, ich brauche Lapis. Ich habe noch einen Lapis. Schärfe 1, ja, nehmen wir, oder? Es ist schon das Beste. Ja, mach deine Rüstung auch noch schnell, deine Rüstung auch noch. Ich habe jetzt keinen Lapis mehr, leider. Ich habe dann keine Ahnung. Ja, hier, warte, hier ist noch eins. Hier ist noch eins. Schuss sicher eins. Ich will aber Schutz eigentlich. Mach, ja, nee, dann lass es. Dann lass es. Ja, ich lass es, ich lass es. Hier, nimm das Lapis wieder. Ja. 1, 5. Jetzt fange ich, ich fange nochmal an, da oben bei meinem Gang ein bisschen zu bauen. Ich will auf Biegen und Brechen halt noch irgendwie eine Höhle finden. Das wäre jetzt schon noch ganz cool, ehrlich gesagt. Noch mal ein bisschen Gravel. Wenn es hier ein bisschen drunter, dann dauert das nicht so lange. Vor allem jetzt mit der Tierpicke, ne, das passt doch, oder? Würde ich dir nicht empfehlen, ehrlich gesagt. Warum denn? Wir brauchen sie ja nicht mehr, Christian. Achso, ja, okay, stimmt eigentlich, weil die brauchen wir nur für Obsidian. Ja. Ja, so gesehen. Noch ein bisschen Kohle hier. Hättest du nochmal draufgekommen, mit Tiger und so. Sollen wir noch eine dritte Folge machen, darfst du das? Ich meine, keine Ahnung. Okay, weil jetzt ist nämlich hier die zweite Folge gleich vorbei. 20 Sekunden noch. Komm schnell zu mir, komm schnell zu mir. Okay, ich komm noch schnell zu dir. Ja, das ist doch, schaut euch das an hier. Diese Gänge hier, ist einfach nichts drin. Das gibt es doch anker nicht. 10 Sekunden noch, Christian, komm schnell. 10, 9, 8, 7, 6, wo bist du? 5, 4, wo bist du? 3, 2, egal, 1, tschüss. Okay, das war es mit der Folge. Warte 0 Stunden, bis du wieder spielen darfst. Okay, nehme ich mir zu Herzen. Vielleicht, danke. Okay, das war es mit der Folge. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen.